moin moin liebe leute auf youtube seid gegrüßt herzlich willkommen zu einer neuen runde hier alles 19 auf der nordfriesische marsch vierfach am samstag morgen wieder großer stream tag wahrscheinlich das heißt heute gibt es ein paar mehr folgen dafür ja morgen dann keine folgen aber live streamen und für die die keine lust haben auch oder keine zeit und so früh aufsteht und weiter ist ja morgen samstag sonntag vormittag stream zeit die können natürlich dann auch die folgen von heute samstag dann eben auch am sonntag entspannt gucken denn motor wird keine folge kommen aber dann werde ich es zusehen dass wir montag dass ich montag noch ein drescher video fertig kriegt für die drohnen freunde unter euch und drescher drohnen aufnahme und am dienstag geht es wieder mit folgen weiter donnerstag weiß ich schon in einer woche habe ich abends keine zeit das weiß ich jetzt schon also nächsten donnerstag ist kein live stream muss mal gucken was ich denn hier jetzt wie ich das will ich das ich will das nicht verkaufen ich das hinkriege oder ob es dann halt eine woche nur folgen gibt weiß noch nicht genau die lieben netten zuschauer grüßen youtube zuschauer grüßt gerne zurück natürlich papier ist vorher das reicht wie schon wieder urlaub genau und wieder urlaub die zeit in zwei monate her verlängert das wochenende sozusagen aber auch nicht direkt auf jeden fall passt also donnerstag abend wird nichts kann sein dass samstag abend ich weiß ich kann es nicht sagen auch kann sein dass auch menschen oder samstag abend knapp wird müssen wir gucken also nicht jetzt diesen samstag nicht übermorgen sondern als samstag in einer woche heute das erste mal im tütsch ja morgen morgen danke fürs reinschalten du merkst dass der chat hier auf jeden fall der aktivere als auf youtube da passiert in zwei stunden nicht so viel hier im chat wie hier in zehn minuten klingt komisch ist aber so hier brauche ich ja eigentlich nicht karton auch eine teure produktion in zukunft die brennerei wir hatten dort ganz netten täglichen unterhalt jetzt da wir sind nur kurz zwei tage unterwegs keine keine kein urlaub oder irgendwas sind nur eingeladen also wir sind nicht nur groß weg oder sowas die nähe ja schon sagte waren ja gerade erst im urlaub urlaub ist durch für uns dieses jahr wohl jetzt muss ich geld sparen für physico kontrol gibt es ja auch recht viel interessantes wahrscheinlich wird man erst mal so ein bisschen zusammen gucken was es so liebt es gibt viele unterschiedliche trecker ich habe ein paar videos jetzt gesehen ja auch wie man tatsächlich aus aus standard hatte ich glaube ich auch schon erzählt oder so beim letzten mal bei big farming glaube ich wie man aus standard sigo traktoren sigo kontrol traktor machen kann auch interessanter bereich finde ich dass man nicht nur die die 45 die es von der stange gibt was wir hier denn die 45 die es von der stange gibt kaufen kann sondern dass man auch in den beach park oder was auch immer tatsächlich auch mit so einem sigo kontrol versorgen könnte schockt schon oder halten schüter oder irgendwie sowas das ist auch cool ja mal schauen also wenn sowas irgendwann gemacht werden sollte die leute denn ihr werdet jetzt mitkriegen ihr werdet live dabei sein ihr könnt das für die streamen und so weiter und so fort gleich produkte mitnehmen korn wodka eierlikör erdbeer rimes weine voller habe ich als auch schon mehrfach gesehen habe bei vielen stationen übrig meist geht bald das kann ja meistens beim lernen war zu viel karton wo sind die nächstgelegene station die karton braucht wahrscheinlich nudelfabrik oder sonne ne ist noch nicht fein es soll auf jeden fall noch ein noch mal ein großes produktionsupdate geben aber ich habe noch ein also keine chance aktuell drescher saison ich denke september also august definitiv nicht also dass ich würde eigentlich noch als soll noch ein schweinestall geben alas global company natürlich denn nicht wirklich dd mäßig wird so sein wie auch die rinder zucht nur eben mit schwein das habe ich schon noch geplant diese ferkel geschichte werde ich wohl über den haufen werfen weil es auch zeitlich einfach nicht machbar sein wird und dann soll es noch eine große weiterverarbeitungsfabrik geben für für einige rohstoffe hier die sich auch schon lange gewünscht wird und das wird dann vermutlich final sein aber ob das im september mitte ende anfang oktober das weiß ich noch nicht aber so für die letzten zwei monate praktisch dennoch ls 19 noch mal ein bisschen abwechslung reinbringen für die die noch bock haben auf ls 19 und dann kräfte sammeln und hier natürlich die ganzen arbeiten noch machen und dann im ls 22 wieder heißen morgen wieder von vorn da schaffst du es jetzt noch den rest nieder oder passt es noch vor dem werk das gut das wollte ich doch nur mehr wollte ich doch gar nicht haben wir gleich ich war jetzt einmal schnell zu nügelproduktion bringen da schon mal karton weg keiner gesehen dass ein auto gerade angefangen gekommen ist so denn also wie gesagt ich muss jetzt gleich mal milch zur molkerei schriftlich käserei ich versuche jetzt in jeder folge auf jeden fall eine von den genannten aufgaben zu erledigen ja das dauert ein paar monate paar wochen bis monate logischerweise bis gut viele mods im alles 22 verfügbar sein werden das glaube ich da können sie lassen mal wieder leicht zu wünschen übrig geht ja noch nudeln spaghetti tortelloni wir könnten natürlich auch alles mitnehmen und einlagern ist ja sogar alles mit zu kriegen sein dann könnte man sagen hat man zumindest da schon mal die produkte weg das ist jetzt wieder eine aufgabe die theoretisch unten aber müsst ihr euch merken aufgabe die theoretisch wieder jetzt um an die liste sich anschließen würde verteilen also er muss ja auch gleich zu mehreren produktion städten immer noch ein sehr praktischer spawner muss schneller verfügbar sein dass er schon mal gut aber ich sag mal jede ja jede geschichte wo man jetzt schon sagt modern ls 22 ist unseriös weil kein mensch bisher ls 22 modden kann und man kann natürlich sagen will ich so mache ich so und plane ich so aber im endeffekt ist das ist das hanebüchen und wir müssen alle abwarten was ls 22 bringt und clickbait videos wo es darum geht zu sagen ls 22 map das ist also finde ich schon wieder äußerst negativ ist meine meinung aber meine meinung absolut absolutes clickbait mehr geht nicht aber kommt bei vielen leuten gut an dass wir nicht immer so schade aber es ist dann wie es ist ein stück weit verarschung so lange würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt warten bis aber drei von kurz bei ich werde ls 22 logischerweise vom ersten tag an spielen wo ich es darf und oder kann und natürlich gerne auch wieder mit euch die reise gemeinsam gehen erstmal kleinen klein anfangen geld verdienen und den marsch nebenbei bauen und irgendwann umziehen mit einem kleinen startkapital auf die marsch damit man sich schon ein bisschen was leisten kann und dann mal gucken ja genau das ist so ein plan ein bisschen dieses ein bisschen flacher machen die deich auffahrt und wenn irgendwann eine vierfachkarte kommt dann auch den deich durchbruch planen richtung halt anbauen bei feld 16 die ecke ich habe auch das falsche produkt mitgenommen ich hätte besser irgendwie hier von suppe mitnehmen sollen schön abkommen na wo fielte zwiebelsack mario ketchup fabrik aber karotte was wir mit haben ich sage eins pro folge wobei dann schaffe ich die liste nicht auf jeden fall aber es ist nicht so schlimm nacht wird eh gespult ganz nebenbei auf sieben millionen schon mal gerutscht sehr gut dass die produktion endlich wirklich ein bisschen laufenden unterhalt kostet so ein bisschen was in die gemüsehalle und das andere kommt dann irgendwie in die lebensmittelhalle dann werden wir jetzt aber erstmal das kann er ja in der zwischenzeit hier regeln da muss ich jetzt ja nicht lange warten aber wir müssen warten bis es dann wieder bis wir die anderen mitnehmen können dann werden wir jetzt in der zwischenzeit mal schauen wo ich den lkw frei machen kann wahrscheinlich am ehesten den mit den btrailer da muss ich nur noch finden wo die besten falle hier nehmen an dem ich genau den milchtrailer gelassen habe und dann können wir die milchroute wieder los schicken ja ja Ich muss dreschen in der Nacht, hat er den ganzen Tag geschüttet. Kurt, danke dir für 100 Bits. Das genau sagt mir. Wir haben wieder eine Stunde. Danke dir, Kurt. Vielen Dank für das Port. Den haben wir auch noch. Den ich jetzt einige Zufall hingetrappt. War nicht der Ursprungsplan hier. Aber wo wir doch gerade an Geld verdienen waren, können wir vielleicht noch ein bisschen mit weitermachen. Kreuzzi war es ja. Das war ein schöner Sprung. Genau. Cold Zivas. Das war auch noch eine Serie von damals. Habe ich geguckt als kleines Kind. Cold für alle Fälle. Ne, dann erstmal den Milch Trailer, wo eigentlich ja das Sinn ist, einfach zurückzutappen. Ne. 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 Ne Punkte. Danke. Danke. So, dann hätte ich ja wieder einen Punkt erledigt. Ne. Das wäre natürlich schon Wahnsinn. Ne. 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 Habe ich täglich noch mal. Und so weiter weg. Ne. 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 Ne Ne. 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 Milch, Milch. Und jetzt brauchen wir eine Beine in der Rotierung. Sowohl im An- als auch Ab- und Entladen-Rotierung. Genauso. Ich glaube es wäre richtig. Hilfe. Genau. Also wie gesagt. Wann wir diesen hier Community Stream machen. Mais anpflanzen. Weckrubern. Also erstmal Felder vorbereiten. Mais anpflanzen und dann hier ein großes Ernten. Das werden wir bekannt geben. Das dauert mal ein bisschen. So. Ich muss erstmal die To-Do auf der Liste streichen. Milch zur Molkerei und Käserei ist damit praktisch erledigt. Am nächsten steht Leder muss zur Bekleidungsfabrik. Leder muss zur Bekleidungsfabrik. Das ruft so ein bisschen den Schlachter auf den Plan. Oder das Lager. Gerne auch den Schlachter, der sowieso krass voll ist. Rindfleisch, Schweinefleisch, Hühnerfleisch. Viel am Start. Wurst. Leder auch gut. Nebenprodukte. Und wir haben ja noch den Lkw gleich hier vorne. Nehmen wir den nächstgelegenen. Da bin ich Auto-Drive. Dann fahren wir hier einmal im Kreis. Dann fahren wir zum Schlachter. Ich würde dann aber auch vielleicht noch mal gucken, ob wir irgendwie eine Ladung verkaufen könnten. Ich weiß, jetzt gerade eben 17. 6.705 Punkte nur noch. Oh, Super Sunday können wir schaffen, Leute. Nur noch 4.705 Punkte. Also doch heute schon geschafft. Ja, Gedanke, liebe Leute. Dann können wir doch Sonntag noch mal schön wahrscheinlich Produktion weiter beliefern, weil das ist ja unwahrscheinlich, dass ich das jetzt alles schaffe. Ja, wir müssen mal jetzt Nebenprodukte irgendwo verkaufen. Fleisch verkaufen. Auch immer jeweils eine komplette Lkw-Ladung, einfach voll ist. Ja, ich würde mich machen eine Schose zwischendurch, ja. Community Herausforderung ist abgeschlossen. Vielen, vielen Dank. 60er Johnny saß wieder auf den Punkten. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Danke dir für Support. Danke an alle, liebe Leute. Freut mich. 900.000 Punkte sind wieder im Pott. Heute Sonntag, also diesen Sonntag, diese Woche am Sonntag machen wir noch mal ein fettes Super Sunday. Da können wir noch mal ordentlich was schaffen. Wir werden den Frühling wahrscheinlich rumkriegen. Und es fasst. Wir wissen dann auch, ob Hopfen endlich aus dem Boden rauskommt. Und wissen auch, wie viel die neuen Betriebskosten ungefähr sind. Weiß es jetzt schon einer, wenn ich ein Gebäude mittags um 12 platziere, zahle ich trotzdem die vollen Betriebskosten oder zahlt man die Betriebskosten für den Tag anteilsmäßig. So, geht er noch irgendwas sehen? Also Rind? Knapp, ne? Aber passt. Lamm haben wir eh nicht. Bündchen auch nicht. Wurst wäre noch gut. Das passt ja sehr gut. Da wir auch viel Wurst am Start haben. Erstmal nur so viel auslagern, wie geht. Und die nächste Tour wird dann halt die Ledergeschichte. Sorgen wir lieber noch mal dafür, dass wir Richtung 8 Millionen uns auf den Weg machen. Ja, noch vier Stück. Geschafft, geschafft, geschafft. Frühschicht, Sonntag um 10 würde ich sagen. Dann wurde sich danach noch gewünscht, Obst zur Mosterei, der Rest von Hafer und Hirse zur Getreidefabrik oder so. Mal schauen. Zweitfrühstück, ja. Um 5 Uhr? Da wird noch geschlafen. Hier wird auch schon wieder geschlafen, weil ich jetzt noch einmal im Kreis fahren wollte. Gut, wie weit das Vermehrungsgras ist. Sieht gut aus. Dino ist ja nicht früh. Geht. Schon, schon. Na ja, fuhr sind wir nicht durch mit Kindern, Frühstücken und so weiter am Sonntag. Ich glaube, 10 ist ganz realistisch. Ach, hier ist noch der Raser. Schon fast Mittag. Ich glaube auch. Ne, ne, so nicht. Fett macht doch nur eine Ackerkontrollfahrt. Genau, das stimmt. Einmal kurz gucken. Einmal Feuchtigkeit messen im Vermehrungsgras. Da bin ich noch in der Kirche, sagt Gerd, ja, nützt ja nix. Die Folgen dazu, ne, weißt du ja, kommen dann auf dem Kanal ab Dienstag. Und ich sage es noch mal, hier sind ein paar Leute am Start. Morgen noch mal zwei Drohnenvideos für die Drohnenfreunde. 15 Uhr, war ja morgen um 15 Uhr keine Folge gekommen, kommt ein Drohnenvideo und ich glaube, um 17 Uhr habe ich auch noch eingestellt. Also morgen um 17 Uhr auch noch eins. Ich weiß nicht, ob ich morgen Abend streame. Kann sein, dass ich morgen Abend noch mal die Zeit nutze, noch mal mit der Drohne raus, noch mal die letzten paar Gelegenheiten jetzt nutzen in der Weizenernte, wo man vielleicht noch mal was finden kann. Aber, mal sehen. Ansonsten müssten wir Big Farming streamen, actually. Ich habe mir auch den hier Rasenmäher-Simulator geholt. Das Problem ist auch, kann den aktuell überhaupt nicht im Fenstermodus spielen. Ich spiele ja eigentlich nur Fenstermodus, ansonsten hätte ich mit euch ein bisschen entspannt auf Rasen gemäht, aber das wird wohl erst mal nix. Bis zu irgendeinem Update, wo denn wirklich Fenstermodus geportet wird. Das ist zu nervig. Ich habe jetzt noch kein Programm mehr gesucht, wo ich diese irgendwie über das oben umgehen kann. Christian, Moin. Jetzt fang ich auch noch in die Sackgasse. Unglaublich. Wir wollten jetzt noch mal Leder holen und Leder noch zur Bekleidungsfabrik und das wird dann für die jetzige gelaufene Folge die letzte gute Tat werden. 48 Stunden zwischen dem Upload. Ne, wieso? Steht nicht. 24. Also theoretisch könnte ich am Freitagabend ganz spät schon eine Folge vom Stream veröffentlichen, ne, um neun. Genau, also theoretisch könnte ich am Freitagabend um neun Uhr die erste Folge vom Stream veröffentlichen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. so also komplett leder 19 paletten überlegen ob ich noch was anderes mit wegbringe schon aber es lohnt nicht was ist mit nebenprodukten am hafen verkaufen 16 liegt nicht so ganz auf dem weg könnte man aber dann danach anfahren dann haben wir wahrscheinlich aber auch textilien relativ viel und schuhe und so was wahrscheinlich auch viel mitzunehmen mach das mal nur so ich mach mal nur die stupide die aufgaben leder das muss zur bekleidungsfabrik wenn die liste abgearbeitet ist dann können wir neue aufgaben drauf schreiben damit ich da mich so ein bisschen dran rumhangeln kann weil alles andere führt dann zur totalen totalen verplantheit stimmt das wollte ich jetzt auch noch gucken weil das wäre ja auch ein thema gewesen zum aufschreiben dann später aber ich wollte nur einmal kurz gucken sowie halt die eigeschichte auch rapsöl ist doch ganz gut am start sogar 26 paletten das ist gar nicht so schlecht das könnte man irgendwann zur kartoffelfabrik bringen später schön spazieren fahren ja aber erst mal zur bekleidungsfabrik so 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 Nun ziehe ich mal ein Weiter-Click ich dachte eigentlich dass er ablädt macht er glaube ich auch ne in jeder paletten werden mehr oder täuscht das ich muss noch einmal raus fahren damit der lkw nicht im weg steht in der zwischenzeit können wir uns mal einen blick auf das display mal gucken ich meine hier mal viel schuhe oder sondern viel klamotten klamotten ohne ende die gehen in den verkauf und hier ganz bisschen stoff und ganz bisschen strick wolle könnte man hier rüber bringen dann könnten wir das auch abhaken komplett einmal strick wollte und einmal den stoff so dass alles das was hier ist muss einmal darüber danach nehmen wir die ganze bekleidung mit so viel wir mitnehmen können und dann ist es gut auf youtube das machen wir dann in der nächsten folge vielen dank fürs reinschalten bis zum nächsten mal und